jetzt warten wir auf klein markes damit rauchen fertig ist ich müsste jetzt karsten fragen oder ihr müsst uns doch tipps geben können er ist gemein jetzt karsten anzurufen und zu fragen bisschen schon gott hallo ja wir stehen jetzt aber möchte gerade nicht dass mich hinsetzen oder doch kann ich das oberteil noch also im sitzen ist das müssen doch aus ich glaube das oberteil kann man nicht anders zu will da ist an so vielen verschiedenen stellen so viel freie haut ich glaube das muss man so was die spannung steigt wir können der wetter abschließen werden wir es irgendwie schaffen rauszufinden was genau das problem ist oder werden wir es nicht weil wir einfach nicht verstehen und er nicht auf den punkt kommt ich glaube letzteres was weiß natürlich nicht ob er nicht da ist oder nicht schon wieder da ist. Ja. Könnt ich bitte das Telefon weglassen? Also, ich schenk, versuch mal auszuschränken. Ja, versuch mal. Das kriegst du ja, für mich so gut auf. Ist schon okay. Was ihr jetzt seid? Nicht, dass du was verschüttest, ne? Nee, nee, nee. Also, alles zu tun, musst du dir den Gläschchen selber. Das krieg ich hin. Sag mal, Markus, wollen wir die Zeit nutzen und du versuchst mir noch mal zu erklären, warum du jetzt seit Freitag trinkst? Also, gibt's einen Grund oder was schmeckt? Schmecken tut's gut. Das stimmt. Ich glaube, es gibt auch einen Grund. Du kannst dich noch nicht mehr erinnern. Das kann sehr gut sein. Was hast du denn am Freitag so gemacht, Markus, bevor du angefangen hast zu trinken? Ich war arbeiten bin danach. Ich krieg dieses Telefon nicht weg. Die holt jetzt immer wieder raus. Ich mach nichts. Ich mach nichts. Sag, da ist es wieder. Ich mach nichts. Ich krieg es nicht weg. Ich glaube, ich war auf dem Weg in Bahamas. Ja, ich glaube, wir haben uns auch ganz kurz gesehen. Kann das sein? Ganz kurz. Bin ja relativ fix wieder los. Ich glaube, ich war zweimal in Bahamas bin. Achso. Das kann sein. Weiß ich nicht. Das erste Mal ja, wurde ich unterbrochen und halt treffen mit ein paar Jungs und Mädels und muss mit dem ein bisschen reden. Waren das böse Jungs und Mädels oder normale Jungs und Mädels? Das waren Freunde von mir. Waren das böse Jungs und Mädels oder waren das normale Jungs und Mädels? Oder solche was heißt denn für böse Jungs und Mädels? Naja, Leute, die auf der anderen Seite des Gesetzes stehen. Böser Bub oder nicht? Stehst du auf der anderen Seite des Gesetzes? Laut euren Akten? Ja. Na dann? Ja. Dann bist du ein böser Bube. Du kennst ja euer Spektakel auf dem Davis-Lach. Also ich glaube, für die Schäden ein böser Bub ist. Ja, aber das wurde ja eingestellt, Markus. So ein Akte wurde auch eingestellt. Und ich durfte mit der Jungs arbeiten. Also von daher geht nicht, wenn ihr so eingestellt ist. Das ist nicht vorgestraft. Ich habe ja doch ich habe Kämpfe umgeschossen als Selbstverteidigung im Kreis. sieh. Da war ja ja, ja, ja. Das ist schlecht, oder? Das war auch schon. Warum? Na ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass der Mann sehr rachsüchtig insgesamt ist und nicht so viel. Ja, der wollte meine Pistole haben. Habe ich ihm gegeben. Das ist zwei Wochen später oder so. Und er meinte, ja, ich kriege von dir noch Kohl dafür. Hat er von mir 3000 Euro bekommen. Hat mir die Knappe wiedergegeben. Oh, das ist doch ganz nett. Ja, habe ich mir auch gesagt. Ja, habe ich nicht mehr gesehen. Vielleicht bei der Hochzeit, weil das weiß ich nicht. Aber also das ist schon lange her, dass du Weightcampe umgeschossen hast, oder ist das jetzt selbst passiert? Ja, nee, das ist schon nett. War wahrscheinlich Notwehr, das zählt auch nicht. Ja, da hat Boone andere Ansichten gehabt, schwere Körper, Bleibler, Blub, Blub, ja, 2000 Steuer hat es mich gekostet. Ja, na dann. Also, du bist ein böser Junge. Hast du dich mit bösen Jungs und Mädels getroffen oder mit guten Jungs und Mädels? Also, eigentlich, ich weiß nicht. Okay, ist dabei irgendwas passiert, Markus? Ich weiß nicht. Glauben nicht. Okay, was hast du danach gemacht? Ja, bin ich in Bahamas und ich bin nach hinten und hab Fischi angefangen zu trinken. Und... War das irgendwie, weil Leonora bei einem anderen Mann stand oder sowas? Ich glaube nicht. Hat das überhaupt was mit Leonora zu tun, dass du da Whisky getrunken hast? Ich bin ja nicht... Okay. ... dass da irgendwas, wenn Leonora war. Gut. Das heißt, wir haben Leonora schon mal ausgeschlossen. Ja. Ist es irgendwas mit deiner Arbeit? Läuft es nicht gut? Musst du die falschen Leute behandeln? Hast du jemanden umgebracht? Ich glaube, ich habe keinen umgebracht. Na, ist doch schon mal gut. Glaub ich zumindest sehr. Hm. Ja, weil... Ich muss mal gucken, ich muss meinen Helm... Ich habe, glaube ich, noch die Sachen an, da drin, unten, wo ich, äh, ja, am Freilag... Weil, ich gehe mal gucken. Ja, mach vorsichtig. Nicht, dass du die Treppen runterfällst und so. Das wäre nicht so... Oh, Whisky. Hm. 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 Prost. Hm. Prost. Trink dir auch eins mit, ja? Ja. 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 Na klar. Genau. Genau. Oh, waja. Ah, wängler. Nein, das wäre gut. Ja. 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 Das wäre gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 aber dann kann das ja nicht von einem auf dem anzug ja nicht von dem dienster außen kommen hast du in letzter zeit besonders starken haus auf jemanden wie zum beispiel auf micha möchte sich hier ich habe ja gibt mir mal welche wir haben alles ich habe alles ausgedrückt also micha hast du schon mal nicht umgebracht ich glaube auch nicht dass ich hier umgebracht habe jetzt kommt natürlich zurück sorry habe gefett fingert habe mich verwehrt kein problem hast du vor wieder aufzuhören zu trinken sagen wir mal so rum weil das ding ist wenn die sagt leonora wieder kommt die sieht dieses chaos hier und ich sie dich da war es ganz schön ärger geben ich glaube ich habe angekündigt dass ich mich besaufen wäre echt ja ja was hast du denn da gesagt ich werde mich besaufen weil ich glaube ich habe nicht mal weil gesagt einfach weil du es kannst ja ja hast du dir davor gedanken gemacht dass du irgendwann wieder aufhören musst du machst einfach weiter ich glaube die einzigen zwei faktoren die die es beeinspruchen könnten wäre wenn meine bank sagt okay karte ist einmal gesperrt oder meine bank sagt du hast kein geld mehr auf konto verstehe hast du leider sehr gut bezahlten job dementsprechend gehe ich davon aus dass es ein bisschen dauert also markus als wir uns kennengelernt haben da hast du ja auch relativ viel getrunken außer halt im der kopfdienst ja hab dich ja quasi als alkoholiker kennengelernt ja du hast dann irgendwann aufgehört damit du hast fast kein alkohol mehr getrunken ja bin mir ziemlich sicher dass es wegen leonora war dass du aufgehört ist es ist gerade zu lange her in dem zustand weiß nicht mal welcher tag heute war bis sie mir das gesagt haben sonntag scheiße ich muss mal wieder in die dusche ja mhm ähm jetzt willst du mir echt ohren gehen ich glaube ich geh wirklich mal kurz im feld duschen ja das ist immer so ne merke wenn du nicht drinnen trinkst dann kannst du von mir aus gerne duschen gehen ja ach ich nimm doch nur ein skypelle nicht warum nimmst du nein das skypelle bleibt hier warum denn warum willst du ein skypelle mitnehmen warum nicht willst du dir wehtun ich glaube nicht ja dann lass es hier hm ok du brauchst dass hier viel dringender falls jetzt jemand reinkommt und die einbrechen möchte dann steche ich die einfach ab etwa liegt irgendwo noch eine glocke hinter mir oder kischen ich habe gesagt abschlechen nicht abschließen danke also wenn du auf die distanz die man abschließt dann ich bin gut im werfen musst du mir mal beibringen ja machen wir nachher kein problem es gibt mir fünfzehn minuten ich versuch schnell zu machen na klar einfach rein raus wird glaube ich schwierig ok es hört sich auch wieder an als ob ich was er tun möchte das skypelle bleibt hier marcus ok schmeiß das rüber oh gott ja danke also genau unter diesem kissen liegt die waffe da wo es skypelle sitzt denn naja klasse ähm grüße grüße hi carsten das klingt jetzt wie eine echt gemeine und doofe frage ne aber ähm ich meine du kennst dich ein bisschen leider damit aus ähm wenn jemand rückfällig wird alkoholmäßig was was kann ich tun äh gar nix großartig das muss er selber selber äh klären und wenn er seit drei tagen am durchtrinken ist und ich Befürchtung habe dass er sich tot trinkt äh dann eigentlich nur einweisen äh na gut aber solange der solange der seine seine willen frei äußern kann äh kannst du ihn da nicht nicht zu zwingen also da müsstest du dann über den richter gehen oder so aber ich glaube das geht hier nicht ne das ist schwierig hier äh ja ok danke garsten jo bis dahin jo joey ja findest du gute idee grüße hi finn ähm du links geschreitst hä was ist los äh finn hast du hast du vielleicht eine sekunde äh bestimmt ja oder hast du gleich wieder geschäftstermine ne ne sekunde habe ich also ich habe vielleicht auch zwei ich bin nur gerade mitten in einem crash derby und äh achso ja ne dann crash derby mal nein 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 es ist gerade pause ich sag nur ich bin auf dem event ähm wenn ich ja jetzt einen gemeinsamen Freund hätte der sich am tod trinken ist was mache ich denn dann oh ich weiß schon okay weißt du warum er wieder angefangen hat zu trinken dann hast du genau das Richtige getan ja warum also ich habe es nicht rausgefunden er spricht mir seltsam ja ich weiß das habe ich ihm auch versprochen das nicht zu sagen ähm er ist sich ja am tod trinken seit drei Tagen ja aber das wird nicht besser wenn ich dir jetzt wenn ich mein Wort spreche sondern dann ist es eher aber das was anderes die Lösung ähm ja aber dann weißt du den Grund und kannst mir einen Tipp geben bitte was ich jetzt tun soll ja das ist schwer äh du hast schon was Richtiges getan du hast mich angerufen ähm jetzt ist natürlich die nächste Frage was können wir tun weil ich kann dir sagen das Problem zu kennen löst es nicht weil also ich kenne es und das löst es leider trotzdem nicht ja wir können ja gerne brainstormen wenn du möchtest äh ich meine na gut wir können jetzt wir können Marcus entführen ach Gott ich habe so die Schnauze voll von Entführungen Finn ja ich auch aber ich meinte so im Sinne von wir können ihm einen unvergesslichen Abend bereiten ähm ja Finn der Typ ist sturzbesoffen der vergisst sowieso alles der wollte duschen gehen ich glaube ich glaube ich glaube auf dem Weg nach unten hat er vergessen dass er duschen gehen wollte muss gleich mal gucken wo der ist oh nee ja der trinkt seit Freitag durch die ganze Wohnung steht überall Flaschen Finn überall oh nee der hat sich Tequila nach Hause liefern lassen der hat sich neuen Nachschub geholt ich bin jetzt schon die ganze Zeit dabei ihm irgendwie Tequila aus den Rippen zu leiern dass er mir den gibt und ich die wegkippe der hat aber nicht gerade eben Tequila gekriegt oder doch gerade eben von wem Nando Polo der Wichser hat er den von dir der hat bei mir gekauft und hat gesagt ja wir fahren heute Party im Barrio ich wusste ja nicht ich habe gefragt der macht mit seinen Freunden heute Party der macht ganz tolle Party 3500 Dollar oh er hat sich sogar noch abgezogen er hat ein Geschäft gemacht ja natürlich natürlich machst du einen besoffenen Geschäft würde ich auch so machen da muss ich gleich erstmal jemandem anrufen und mal sagen was er für ein Arschlach ist in Hilfe ja 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 wie lange geht denn das da noch äh auch gerade ist Pause weil jemand hier hat sich vergessen sich anzuschneiden oh Gott der ist ganz tief im Sand hier verbuddelt oh Gott da kommen da kann also da kommt sämtliche ärztliche Hilfe zu spät stimmt die müssen sie erstmal wieder ausbuddeln hm weiß ich nicht also eigentlich hm ja weiß ich nicht ist schwer zu sagen weil er im ursprünglichen Zeitplan wird nicht mehr festgehalten also ich kann jederzeit sagen ich gehe jetzt hm also ich habe halt keine Ahnung was ich mit ihm machen soll ich meine ich habe ihn jetzt duschen geschickt weil er seit drei Tagen nicht geduscht hat ich kann mir versuchen gleich die Flaschen ein bisschen wegzuräumen und so Leona aber vielleicht ein Ohmacht wenn die das sieht hm dann bring ihn vielleicht doch einfach mal mit her wo bist du denn? schnappt euch ein Auto am Redwood Lights Track wo ist denn das? ah das ist das ist weißt du dann haben wir ihn zumindest schon mal unter Beobachtung wenn er dann hier ist ja das Problem ist ich da brauche ich einen Fahrer ja kriege ich ihn muss mir nur sagen und zwar weißt du wo Offroad Harmony ist äh ungefähr Reich Harmony gegen genau Harmony weil dann dann haben wir zumindest schon mal mit ihm irgendwie beschäftigt ja so lange ach scheiße ja ich versuche ihn nicht nackt vorbeizubringen wenn er mir was tut ja ich glaube also das würde hier keinen sterben wie was mir was tut was 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 bist du der Meinung er hat sich nicht unter Kontrolle ich habe gesagt er wollte gerade ein Skalpel in die Dusche nehmen nein ich habe gesagt das würde hier kein ähm wo what und jetzt trinkt er wieder was oh Gott ich raste komplett aus wirklich ich bin da ja ich versuche ihn ja kann ich das geht nicht telefoniere mit dir ja ich äh ja ich versuche ihn irgendwie anzuziehen und ja er hat das jetzt wegzustellen gut wunderbar mache ich so ich bringe ihn mit sorry sein Hausarzt hat ihm gerade gesagt er darf nicht gut mache ich so bis gleich sehr schön bis dann sorry hallo dein Hausarzt hat gesagt du sollst aufhören zu trinken und mir alles geben ich potziniere das jetzt ich habe ein Hausarzt ja Herr Blubel nein er wird jetzt nicht angerufen der fährt Auto hast du vergessen dir was anzuziehen nö ich habe mir irgendwas angezogen damit ja es ist es ist ich habe ja keine Ahnung ich dachte bei mir ja genau hast du richtig eingetippt da kriege ich jetzt einen Fahrer hin so sehr erster Herr ich glaube sie haben die Rollen verwechselt sie sind nicht mein Hausarzt Dr. Finn ähm äh ärztliche Untersuchung okay wolltest meinen Alkoholspiegel erhöhen weil sie sind in der Bar ja äh Chris hast du gerade was zu tun ähm du kannst vergessen das Herr bitte was was gibt's ähm es wäre eher was privates ich bräuchte halt einen Fahrer ja ähm warte wir sind bei 664 direkt an dem Haus an der Kreuzung und ich bräuchte jemanden der einen extremst besoffenen stutzbesoffenen Freund und mich ähm woanders hinbringt wo jemand ist der weiß was man tun soll ich bräuchte 664 oben an der Nordschelden so ja genau direkt an der Kreuzung ist ein Haus abgef okay gib mir zwei Minuten danke Chris bis gleich Cavi so gute Nachrichten für dich ich hab ein ganz schickes Auto bestellt Markus und wir beide machen jetzt einen kleinen Ausflug in einem richtig schicken Chauffeur und so ja mach dich mal schick mach dich mal schick ich hab dir ich hab dir einen Chauffeur beschafft wie schick muss ich denn werden nicht so schick wir gucken uns ein paar äh demodierte Autos an ne wie andere Leute anderen Leuten reinfahren und so okay also ich zieh mein JJ Couture aus Fett ein was mir Leonorat kauf hat ja perfekt perfekt das lief verstehe oh Gott das ist ja auch nass was denn ich kam doch hier gerade hoch und da ist nass sei nicht so faul da ist nass ja warte ich helfe dir gleich runter ich versuch's mal warte 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 oh Gott oh nein oh nein oh nein oh nein ich hab doch gesagt warte hör mir doch zu ich kann auch nicht warten oh ja langsam bitte ja okay gut und wie ist die Fahne was habe ich alles getrunken alles glaube ich alles also ich sehe ja die Flaschen ich kann's dir ungefähr vorstellen hab sonst nicht so viel Ahnung von Alkohol guck mal ich hab mir ja sogar ein bisschen fünf Zentimeter mehr Platz auf der Stange erkennt mhm sehr gut hast du toll gemacht so dann helfen wir dir mal das erste Hose anziehen das erste Hose anziehen kriegen wir hin gut weil hier das eine Beinchen ja ja genau das andere Beinchen super machst du mir ja das ist ja die angegossen Mensch ja dann rechte Schuhe oder noch wie hier oder ein Bein genau ja perfekt bitte schön machst du dir sogar zu so wunderbar scheiße jetzt fühl ich mich wirklich wie zwölf ne ein zwölfjähriger muss man nicht anziehen mag es wirklich nicht ihr Arme hoch ja weil ja ich hab Bulli der Chauffeur ist schon da großartig ja wunderbar sehr gut ihr kommt sofort raus ich muss ihn noch anziehen ich will nicht nackt mit ihm gehen das ist das Haus wo das ohne Auto umgast ja genau das ich komm sofort raus ja schick sie so aus das hat mir ja richtig erwachsen ja so dann hast du jetzt wunderbare Schuhe an weil wir mal kurz das Loch da stopfen stopf mal zuppel mal noch ein bisschen ja 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 das ich glaube es ist gut ja ich glaube es ist gut ja ich glaube es ist gut 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 Bis zum nächsten Mal.